Herzlich Willkommen! Ich bin der Zerser, legen wir los. Wir machen noch ein klein bisschen weiter, um hier aus diesem... Oh, jetzt haben wir den ganzen Scheiß wieder eigentlich vorhin weggeschmissen hab. Das ist schlecht. Äh, um hier mal aus diesem Walker-Schloss wieder rauszukommen, beziehungsweise erstmal ein paar Sachen zu bekommen. Und mit mir dabei ist der Yannick zumindest im TS. Hallo. Ja, ich bin nicht mehr auf dem Server, weil ich meine Aufnahmesession jetzt gerade beendet habe, weil ich, äh... Okay, so ein Schloss ganz alleine machen, ist doch eine nicht so intelligente Idee. So, 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 Stress, Schmerzen! Und... Nein, Server, du leckst jetzt bitte nicht. Äh, hallo? Das ist aber sehr schön, was da jetzt passiert ist. Hm. Äh, tut halt... Hä? Ah, ja. Was genau ist jetzt bei mir hier alles gestorben? Viel anscheinend. Äh, hallo, 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 hallo. Ja, gut, dann muss ich mal kurz einen kleinen Cut reinhauen. Servus. Servus.